Extra Wunsch! Narzissmeiner schlägt wieder zu! Extra Wunsch! Extra Wunsch! Achtung, Achtung! Scotland Yard bittet um ihre Mitarbeit. Wer weiß etwas über das Geheimnis der gelben Narzissen? Heroin. Ein neuer Rialto-Film nach dem berühmten Roman von Edgar Wallace. Ich hab dir doch gesagt, da ist eine Panne passiert. Alle Leute müssen eben warten. Global Airways gibt die Ankunft ihres Fluges 246 aus Hong Kong bekannt. Die besten Detektive der Welt jagen ein Phantom. Niemand ist mehr seines Lebens sicher. Was machen Sie denn hier? Ich sollte was abgeben für die Kleinen. Was denn abgeben? Sie hat heute Nacht auf dem Ball ihren Glaspantor verloren. Ach, und Sie sind der Prinz, der ihn wiederbringen wollte? Ja, aber sie ist nicht da. Na, dann wollen wir doch mal zusammen nachschauen. Bei Edgar Wallace ist jeder verdächtig. Glaubst du wirklich, dass es der beste Weg ist? Leider ja. Eine Weltstadt lebt in Angst. Mitten im Herzen von London schlägt der Unsichtbare zu. Wer lüftet das Geheimnis der gelben Narzissen? Wer war es? Der hat die kleinen Lötchen! Sie haben überhaupt kein Herz, und dabei ist es das schönste Frühling, hm? Die einzige Spur, die ein Verbrecher hinterlässt, sind gelbe Narzissen. Wer ist der geheimnisvolle Unbekannte? Die Polizei hat tausend Fragen zu klären. Warum hat es Jack Darling so eilig? Ist der Täter vielleicht eine Frau? Sind Sie schon mal in der Klemme gewesen? So richtig im Eimer? Warum versteckt sich Gloria? Hat sie Angst vor Mr. Line und seinem Chauffeur? Warum schweigt Mr. Milberg? Ich will alles sagen. Nicht alles. Nur die Wahrheit. Ein spannungsgeladener Reißer unter der Regie von Akos von Ratoni. Ich hatte mich auf einen Tanz gefordert, Mr. Talin. Scheinbar ist ein Verhör daraus geworden. Ein Film, der jedem etwas bringt. Denn bei mir ist alles nur Natur. Originalaufnahmen in London machen diesen Film zu einem echten Erlebnis. Pass gut auf dich auf, Ed. Das Geheimnis der gelben Narzissen. Es ist unmöglich, von Edgar Wallis nicht gefesselt zu sein. Erstmal in London. Stuhl und Tony. Stuhl, Stuhl... Stuhl, Stuhl! Vielen Dank.